fertig los das ist sozusagen die argument stage die sind cool die vier davon pumpen und dann kann man pumpen und dann sollte man erstmal die ganzen krammeln sammeln und machen wir wieder pumpen tschüss ah das feature das macht irgendwelches komisches zeug ach da kann man den gegner ausschalten und dann wird dazu geld das ist ja ganz praktisch das ist jetzt ungewöhnlich wir können das ding da oben gar nicht aufmachen ohne die muschel naja genau richtig gut getroffen zack man die schwarzen die können wir nicht kaputt machen hier müssen wir uns ein bisschen vielleicht zusammenreißen wir schaffen auch so diese dinge da die gehen nach oben und wenn man auf dem oben anklatscht dann ist man glaube ich in den meisten fällen ein wenig tot aus bist du war noch Tunk, 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 Tunk Ne, wir gehen einfach weiter Das passt schon, ups Augenviecher machen am besten Tod Hey, da oben ist doch was, oder? Oder auch nicht Halt, da ist was Wenn das weiter nix ist Easy piece, wie sage ich dazu nur Dann wird das Ding hier aufgeschaufelt Klicke die Klicke Und dann mit den Dingern hier Tunk, Tunk, Tunk Fertig Ups Ups, da habe ich jetzt nicht dran gedacht Hoch Was? Hier war der letzte Checkpoint? Was denn da los? Oh, nee Egal Wir schaffen schon Na ja, der Gegner war platt Ich zeige dir an dem Aal Mach dich weg Weg mit dir, du schuft Du schuft da Wie gesagt, Augenviecher war von Tod Wahlweise mit, äh, Schaufel Oder mit, äh, was anderem So, da waren wir schon Das brauchen wir nicht nochmal mitnehmen Auge tot Hopp Zack, hier runter Ja, ging jetzt doch schneller als gedacht Na Müssen wir es hier irgendwie versuchen Hopp Okay Passt auf, Leute Wir machen das so Zack Sehr gut Sehr gut Hm Jetzt will ich den Checkpoint mitnehmen Okay Okay, weiter geht's Ah, wir können nicht dran vorbeilaufen Da ist doch Böses drin Oh mein Gott Der hat sozusagen Raketen Das war echt fies Oh, nicht schon wieder von da Auch nö Oh, nee Diesmal von hier Stimmt Oh, nee Können wir nicht schon gegen ihn kämpfen Nee Können wir nicht Ups Wir können unseren Loot nicht zurückholen An der Stelle Nicht so gut Oh, jetzt können wir ihn, ah, attackieren Wir müssen da sogar dran schlagen Okay So, können wir jetzt dann trotzdem das Zeug erholen Hallo Oh, die alle leben So ein Trip hatte ich zur Ewigkeit nicht mehr Ich glaube, mir wird schlecht Egal, ich habe hier wieder ein geniales Angebot für dich Willst du mal sehen Ja Oh, der Wurf anker kostet 3.000 Gerade die haben wir nicht, weil wir gestorben sind kurz davor Ach, nein Ja, okay, tschüss Im Dorf kann ich mir das nämlich noch nachkaufen Dann später Ja Die Stelle hier kenne ich glaube ich schon ganz gut Denn hier Habe ich am Wochenende relativ lange gehangen Ne, das lohnt nicht Das war ungünstig Aber hat er sich nämlich an der Leiter festgehalten Die Sau Okay, mal gucken, ob ich es direkt so schaffe Naja, fast Oh Okay, das nächste Mal ein bisschen mehr mit Bedacht Ich dachte, ich habe hier an der Stelle so viel Training, dass ich das ohne Problem schaffe Tschüss Machen wir das halt so Weil hier sind wir nämlich schon ordentlich gestorben, sage ich mal Oh oh Aber hat geklappt Super Buddel, 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 Buddel Buddel Karotte fressen Hier Geld mitnehmen Checkpoint Und dann geht das hier hoch Schade Schade So Gott ist hier viel drin Dabei richtig, richtig, richtig viel Schmutt drin Ne, 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 ne 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 Werden wir die Dinger mit? Und sagen jetzt den Dude Ja Lass uns in Ruhe Du Schuft Wir werden uns von hier Fähre Fatz Und jetzt hier gerade mit Garten freigesprengt damit Das wäre witzig Komm, mach dich weg Opa Schnecke Tschüss Das ist auch noch so ein Geheimnis Wenn man die Medaille einsetzt Dann bleibt man ganz kurz in der Luft stehen Das kann man auch ausnutzen Diese Mechanik Zum Beispiel zum Ausweichen oder so Treasure Knight Meine Juwelen Mein Schiff Meine Ozean Schon deine Anwesenheit Entweit diesen Ort Du willst das Meer selbst für dich beanspruchen? Deine Gier kennt keine Grenzen, Treasure Knight Deine Hände sind nicht weniger besudelt Gerade jetzt bezahlen andere den Preis deiner Habgier Lass uns kämpfen Der Sieger bekommt alles Du eine Jake-Sitter Ey Autsch Oh nein Können wir jetzt da irgendwie was draus befreien? Man weiß es nicht so genau Easy Einfach easy Tja Okay Ich würde sagen Dann geben wir jetzt noch ins Doofen dann Geben wir ein bisschen von dem Geld aus Was wir jetzt gesammelt haben Holen wir jetzt noch das Item Diesen Worf Anker Und dann Ja und dann Reicht das für heute glaube ich auch erstmal Zeige ich jetzt einfach mal so Auf die City City habe ich gesorgt Dann geben wir mal ein anderes Liedchen rein Was wollen wir denn hören? Oh Das liegt noch schön zum Abschluss Hof Anker Jetzt kostet der sogar 500 mehr Aber machst du nichts Bis zum Abschluss Applaus 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 Vielen Dank für dieses Wuterschöne Dings Blablabla Und von dem Grimmau Nix Ich wusste dass man von der halt Was bekommt Und ich wusste dass die Tanz Deswegen wollte ich das eigentlich Hinauszögern ein bisschen So Jetzt haben wir noch Hier was zum Abgeben Hi Lasst uns tanzen Dann haben wir jetzt Als Noten bekommen Okay Hauptthema Zufall Lass ich mich tanzen Hey 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 So Zack Schon sind wir So ziemlich blank So Leute Ähm Das Spiel speichern von allein Ach komm Das da unten Nehmen wir uns noch mit Und danach ist dann wirklich Oh Ist doch völlig auch die richtige Richtung Wow Ganz 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 viel Geld mit dem Geld und Gold und Provin und Smaragda und Silber Dingsens Taller Okay Hier lang Hoch Zack Zack Oh oh Ha Wie did it Ein Arsch voll Kohle Juhu Ich liebe Loot Oh Okay das war's schon mit dem Level Nice Und wir noch was machen im königlichen Steinbruch Ne Ich weiß was wir hier für ein Item brauchen Das haben wir aber noch nicht Ja 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 Das ist der Wurfanker Ja wir sind sicher Jo Gehen wir hier schon was machen Halle der Helden Die machen wir später irgendwann die Halle der Helden Die besuchen wir noch Hier müssen wir erst noch Molenight besiegen Molenight ist der da Können wir hier noch in das Dorf gehen Das klappt tatsächlich Yay Noch ein Notenblatt Und hier oben können wir uns Nämlich Neue Rüstung kaufen Die gucken wir uns mal noch an Rüstungsabgabe Gefällig Kostet nämlich Letzte Rettung Wenn du im Kampf fällst Hinterlässt du nur noch halb so viel Gold Zaubermantel Opfere ein wenig Schutz Für ein höheres Magielimit Umsammle Magie Von besiegten Feinden ein Der Dynamo Panzer Mit zwei Schaufelstürzen Kannst du einen mächtigen Sturmschlag entfesseln Das erklär ich gleich Ähm Panzer des Schwungs Schwer gepanzert Hält dich nach Treffern an Ort und Stelle Doch anhaltend ist schwer Und dann haben wir noch den Schmuckpanzer Schick Akrobatisch Und nutzlos Ja Und zwar ist das Wenn man hier so Mit der Schaufel nach unten Auf den Gegner drauf springt Und dann Dann springt man ja wieder hoch Und kann dann nochmal Einen Gegner treffen Dann hat man einen aufgeladenen Schlag Und dann kann man so Wink Einen Rotumschlag machen Macht dann dabei doppelten Schaden Oder so Ähm Hier Geht's auf den Schaufelschmied Äh Schöne Schaufelklinge Junge Aber ich kann Verbessern Ein Fessler Ihre wahren Fähigkeiten Ähm Hier kann man den Griff aufladen Es gibt die Grabklinge Und den Funkensturz Bei voller Gesundheit Kannst du bei einem Schaufelsturz Funken sprühen lassen Das heißt Ähm Wenn man so nach unten fällt Während man nach unten fällt Lädt sich das Ding glaube ich auf Und dann kann man Auch so einen So einen Rundumschlag machen Äh Grabenklinge Gräbt einen ganzen Haufen In einer einzigen mächtigen Bewegung Und das ist dann wahrscheinlich Damit es einfach schneller geht Diese kleinen Äh Schwarzen Häufchen umzugraben Und den Griff aufladen Das würde ich mir jetzt Ganz gerne kaufen Haben aber nicht genug Geld dafür Warte mit dem Angriff Um einen mächtigen Sturmschlag Äh Zu entfesseln Da kannst du deinen Schlag Nämlich aufladen Den finde ich ganz nice Der macht ja Auch doppelt zu viel Schaden Ähm Weil ich das so nice finde Und da ich weiß Dass wir jetzt noch 500 Gold uns holen können Jetzt muss dieser Sack Uns den Weg versperren Oder was Dankeschön Jetzt gehen wir zu dem Noten-Dude nochmal Das verzögert sich alles Hm Hallo Ja Noten Super Na ja Tschüss Oh ja Eine Reh-Dame Ich weiß noch Als wir vor der Zeit Des Ordens ohne Gnade Noch keine Angst hatten So herumzulaufen Hä? Was willst du? Okay Mach's gut Die Dame Ha Er lässt uns wieder mal durch Ein sehr freundlicher Gegner An der Stelle Muss ich sagen Ähm Jetzt haben wir genug Geld Und holen uns noch Diese coole Klinger Dann ist auch Kriegsschluss heute Klinger Ja Ching Charizard Boom Yes Schau Ja Jetzt können wir uns Zwar noch langsamer bewegen Aber dafür Fetten Rundumschlag Der macht halt Double Damage Double Damage Ich mag es sehr Ich kann nicht aufhören Ich muss diesen Hammerbruder besiegen Was bist du für ein Lager? Ich fasse es nicht Ärger Mein Freund Hast du dich verlaufen? Ich hab die beste Ausrüstung Die schickste Rüstung Das stärkste Seil Ähm Pardon Brauchst du Hilfe? Diese eingebildeten Clowns Verbauten Ohne Gnade Hab mir keine Ahnung Was sie verpassen Hey Du siehst wie ein Ritter aus Schau Verleid Stets zu Diensten Aber ich bin nicht mit Ich habe gehört Wer einen Ritter besiegt Kann dessen Titel behalten Oder Bitte tu nichts Was du später bereust Ich will ja Der große Bastard Mir gefällt Wie das klingt Dann haben die keine Ahnung Und müssen mich Sofort aufnehmen Komm schon Lass uns anfangen Okay Let's do this shit Ja Hä Ich wollte eigentlich nicht Die Klinge machen Na Sprichst du einfach über mich drüber Oder was ist denn da los Das ist doch nicht gut Du Au 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 Jetzt macht er ja auch noch Blitze Typen Jetzt schwingt er sich ja 300 mal oder was Mann Jetzt stirb halt Von meiner mächtigen Klinge Doppelpumps Was gut Dude Haha Reinzig Unmöglich Selbst meine besten Moves Konnten ja nichts anhaben Gut gekämpft Wenn du dir eine Niederlage Wie ein Ritter eingestehst Bleibt dir noch deine Würde Jetzt nehmt ihr mich niemals In den Orden auf Nie und nimmer Warum war War Loll Mehr 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 Lot Gib Her Gib Okay Schau Okay Okay Haben wir den Dude jetzt auch noch besiegt Ähm Wir haben jetzt keine andere Wahl Als dann hier weiterzumachen Und das machen wir das nächste Mal Denn Fört ist schon vorbei Tut mir leid Aber So ist das Man soll ja aufhören Wenn es am schönsten ist Und so Nicht Das heißt Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend Schlaft's gut Und guckt morgen wieder dem Basti zu Äh Ja Macht's gut Tschüss Winky Winky Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.